Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Be Daxo 2 mit mir den Simon und mir den Lorenz. Wow, das war... Und den Lorenz. In der letzten Folge... In der letzten Folge haben wir erkannt, dass jeder hat Angst vor Spinnen. Jeder. Wir haben unsere gemeinsame Angst gefunden, Spinnen. Und du bist wieder schlechter bei Bossen geworden. Ja. Ja. Ist eigentlich schön, oder nicht? Ja, ist ja auch sehr schön. Ähm... Vielleicht, aber ist wahrscheinlich auch sehr die Waffe. Die Waffe ist ja auch ziemlich kacke. Oh Gott. Sehr gebraucht sieht die Waffe aus. Ja, die ist halt super langsam und eigentlich ist die kacke. Aber macht Spaß schon. Ja. Äh, los geht's. Vielleicht schauen wir es jetzt mal. Los geht's. Soll ich das eigentlich die ganze Folge in den Boss versuchen, falls ich es nicht schaffe? Oh, stimmt. Äh... Aua. Der haut mich da sogar weg. Wir... Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das ein Boss ist. Das ist eigentlich zu leicht für den Boss. Ja, hm... Dann mach den jetzt bitte. Das müssen wir cutten. Alter, du bist ganz sicher. Machst ja voll den Damage eigentlich so. Du musst halt nur aufpassen auf die beiden Schießer. Und der macht auch so ein bisschen rumschießen. Und ansonsten bleibst nach hinten und ballast die. Guck mal, sieht ja schon viel besser aus. Vorsicht, einer schießt. Oh, genau. Nice. Äh, ja. Und jetzt also du... Genau. Guck mal, du hast die Versammlung schon fast gekillt. Äh, nice. Jetzt aufpassen. Schießen wir es bestimmt. Oh, nein. Okay, jetzt heil Instant. Heil der Fisch. Oh. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Okay. Jetzt machst du die zwei Typen. Also die zwei Heildinger. Die, äh, heilen nämlich auch nebenbei. So, jetzt müsst ihr die killen. Ähm, aber nicht... Ja, okay. Ein bisschen aus dafür abholen. Okay, egal. Die heilen sich. Jetzt, jetzt hast du das eigentlich easy. Die sind... Die machen alle nur Geschosse, die du eigentlich easy ausweichen kannst, ne? Und dann machst du wieder so ein Schlägchen. Jetzt musst du aufpassen. Der eine kann den wiederbeleben. Der zweite da. So, was ich war... Hat der den wiederbelebt? Ich weiß nicht, entweder hat der einen wiederbelebt oder ist der da? Kannst du die Kamera hinswitchen? Ja. Siehst du? Ah, guck mal, wie nicht leben denn nachher. Oh, er heilt sich halt. Pass auf den Ausdauer auf. Oh Gott. Er heilt sich. Er heilt halt alle, ne? Oh Gott, das ist heftig. Jetzt musst du dich heilen, bevor du irgendwie wieder angreifst. Du kannst die, glaub ich, sogar einfach wechseln. Du bist halt mega langsam. Vorsicht, dann macht er... Ah, nee, macht er nicht. Wenn du richtig stehst, kannst du halt beide treffen. Das ist auch ziemlich nice. Na, ich kann nicht wechseln. Wieso kann der sich heilen? Der andere hat geheilt. Achso. Die machen AOE-Heilen für alle. Deshalb ist das mit der Versammlung auch krass, weil die heilt sich auch nicht der Tod. Und wie geh ich das denn am besten an? Ja, du killst einen. Killst einen anderen. Du musst ja auch den wiederbeleben. Pass auf, dass du... Ja, die heilen gerade, glaub ich. Ne, mach sie nicht. Machen wir da rein. Doch, die heilen. Die Fährschläge sind halt richtig dumm. Okay guys, jetzt musst du wieder chillen. Du hast nichts mehr zu heilen. Ich hab nicht gesehen, dass ich nichts mehr zum heilen habe. Scheiße. Erster Fail. Also, erster Fail in einer neuen Folge. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so zählt. Ja, äh, ja. Eigentlich hast du das easy in der Folge geschafft. Ich meine, ähm, malerweise machen wir so Cuts, wenn so Bosse sind. Aber, ähm, das ist ja kein Boss eigentlich. Den kann sie man nicht ernst nehmen. Stellst du dich so an? Nein, der ist schon doof, vor allem mit der Versammlung eigentlich. Der ist... Vor allem, du hast halt keinen wirklichen... Du hast halt übelst du nicht wirklich den Damage. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Du hast eigentlich gar nichts. Du bist einfach nur langsam. Eigentlich hast du dasselbe Schwert, nur langsam. Ja. So, kommt Damage her auch. So. Ich weiß nicht, ob ich glaub, du... Oh, nee, an Spinnen kannst du glaube ich nicht vorbeilaufen. Mhm. Die soll ich schon quasi selber machen. Mhm. Das... Ja, manchmal... Der AOE ist halt nice, so. Ja, die Spinnen sind ja auch nicht, sondern die schwer zu machen. Eigentlich. Jetzt hast du es gecallt. Jetzt sterbe ich. Passt auf. Ich sterbe gleich mit Ansage. Oha, mit Ansage. Okay, sterbe mit Ansagen ist jetzt nicht so... Oh, oh. Warum kann ich die nicht anvisieren? Doch, kann ich. Die waren einfach zu weit weg. Komm, rupt euch in einem Eingang. Äh, Alter. What? Hast du denn einen Stemmage gesehen? What the fuck? Die Spinnen sind ja eigentlich leicht. Oh Gott. Alter, Damage. Ah, ich würd sagen, gestorben mit Ansage. Ja, wow. Aber der eine hat dich fast gewonshottet. Ja, ich stand halt mit dem Rücken zu dem. Vielleicht war das the backstab. The backstab. The backstab. Hm, versuche ich zu laufen. Nur versuchen. Da kann ich nicht durchlaufen. Die mach ich ja fast schon mit dem Ding ins... Oh Gott. Komm, man kann's durchlaufen. Das O alle. Das ist quasi richtiges Bowling, Alter. Ja. Das alle getroffen. Aber jetzt kannst du bestimmt durchlaufen. Nee, dann kommen die von hinten, wenn ich die Spinnen falte. Danke, nein. Ja, aber die Spinnen musst du ja nicht falten, bist du? Das Bärm. Leu, deine war noch nicht tot. Du hast halt keinen Ausdauer mehr. Weil den Button brüßt. Äh, warum greift ihr nicht an? Bitte, bitte, bitte. Ausdauer ist richtig. Du hast gestorben, hattest du wieder gesagt. Verdient. Verdient. Ja. Ey, Seon. Ja, okay. Die kommen ja schon instant. Oh. Hm. Ist schon dangerous. Aber es funktioniert. Vor allem muss ich jetzt einfach Ausdauer bekommen. Okay. Okay, hat funktioniert aber. Ist wahrscheinlich safe angegangen. Hätte man machen können, das stimmt. Du hast achtestes Last. Ist krass. Oh, ich wollte schon sagen, weil die Oberspinnen ist mitgekommen. Aber ist sie gar nicht. Die ist nicht viel zu fein dafür. Und kriegt dafür jetzt aufs Maul. Okay. Wie meint sie länger gelebt, ne? Ach ja, du musst ja sogar ne Tür aufmachen. Die haben das doch richtig extra gemacht. Du kannst nicht durchlaufen. Und die Tier respawns. Mir fällt keine Taktik dafür ein, wirklich. Lauf im Kreis und kill alles. Und fass auf, dass sie das nicht dicht treffen. Boah. Mit ihren AOE-Treppen. Und eigentlich, die haben ja nur diese drei Verkampfleute. Die heilen gerade. Da rumstreifen an Markus. Oh oh. Nachhinein. Da hatte ich Glück. Glück? Okay. Gott. Die haben nicht so weit getroffen. Warte einfach ab, bis die ihren Verkampf beide noch raus haben. Und dann heile ich. Aber schon ein bisschen okay, dass man das... Oh, das ist ja nicht getroffen. Das ist jetzt nicht gesteckt, glaube ich. Alter, wie wirst du gehst du denn? Das war aber sowas von verdient. Oh mein Gott. Sowas von verdient. Hätte niemals gedacht, dass es wirklich das angehört. Nein, nein. Das ist sowas, das würden die heilen. Was? Hab gedacht, die heilen. Und deswegen dachte ich so, meine Chance, die... Alter, war das verdient. Dankeschön, danke. Wie war das nochmal mit... Wir brauchen die ganze Folge. Das ist ja kein Boss. Ja, wir machen den Cut. Jetzt schon. Wir sehen uns, wenn wir den Boss geschafft haben. Also ungefähr morgen. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr zu reden. War ja auch nicht mehr. War ja auch nicht mehr. Oh, Alter, das war aber nicht so gut. 50 Prozent. Ich hab ab 9, hab ich das gesagt. Das heißt, wir müssen danach 21 Minuten noch aufnehmen. Was ist das denn? Ich mach's dir bestimmt first try. Safe call. Das wär krass. Dann können wir das eigentlich mit dem... Schneiden lassen. Oh, nee. Ich hab gepopelt. Jetzt muss ich das erst recht drehen lassen. Jetzt muss ich das eigentlich erst recht drehen lassen. Was? Nein. Äh, nein. Ich hab nur... Oh, Leute, der lebt auch noch. Ist ja Quatsch. Vielleicht lass es drin. Er lässt es safe drin. Ich muss schon... Nee, ich hab gepopelt. Nee, ich hab gepopelt. So reinschneiden. Ganz kurz. Nee, ich hab gepopelt. Und dann wieder das Ende. Wenn ihr den first try macht, dann müssen wir es nicht schneiden. Dann seht ihr das hier alles. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann habt ihr verpasst, wie Simon gepopelt. Aber das hört ihr jetzt nicht. Also ärgert ihr euch gar nicht. Kannst du es hier als geheime Botschaft reinmachen, damit ich das aus Versehen reinschneide. Wenn man das rückwärts abspielt, Simon hat gepopelt. Wenn man das rückwärts abspielt. Die Hardcore-Fans, Junge. Achso, ja klar. Scheiße, das ist so gut. Wir dürfen das nicht überschneiden. Ach man. Wir sind dafür zu lustig. Wir können nur so lustig, kann ich ausschneiden. Kannst du nicht machen, genau. Dann würde es nicht, das dann rückwärts gehen. Ich glaube, bei YouTube-Player kann man das auch nicht rückwärts machen. Man kann die Zeit einschneiden. Ja, aber man könnte das ja runterladen. Ja, das kann man. Ah. Ja. Ich heil mich vorher. Okay. Nichts dagegen. Du hast eigentlich genug Heilung. Da haben sie nichts anzuremten. Du hast eigentlich genug Heilung. Guck mal, wie die die verehren. Oh. Man muss halt seine Schläge so treiben. Aber die machen gerade Sachen, ne? Ich wollte Backstab sein. Ich habe einen gebackstabt? Das war nicht extra. Aber du hast währenddessen einfach Schaden genommen. Das wird abgebrochen. Der Kampf kann übel unendlich dauern. Ich weiß noch, dass ich den mal richtig unendlich gemacht habe, weil die sich einfach wieder hochhalten immer. Leider dein Leben, ne? Du hast jetzt nicht zu nah an den Typen. Der macht sonst einen... Achso, das Ding dann weg. So bescheuert. Wenn du ein bisschen weiter rechts gegangen wärst, diese Dinger blocken uns ab, diese Stühle. Das war schlecht. Und jetzt Cut! Alter. Hä, warum und jetzt Cut? Naja, weil wir können ja unsere Lustigkeit nicht rausschneiden. Wir schneiden nur die Lustigkeit rein. Achso, okay. Das Fällen schneiden wir alles aus. Okay. Du schneidest dann so einzelne... So Jump Cuts machst du dann, ne? Hm. Ja, okay. Ich werde mal schauen. Ab neun werde ich das so... Ein paar Sachen vielleicht reinmachen. Die lustigen Sachen musst du ja... Ja, muss man ja. Und wieder Bowling! Wie viele schaffe ich diesmal? Alle. Das musst du eigentlich auch... Das war ein Strike! Na, das hatten wir ja schonmal. Ja, oder? Trotzdem ein Strike. Du kannst ja nicht überall reinkarten. Ah, war ja ein Strike. Wie viele Punkte kriege ich? Punkte kriegen, wenn du das mal schaffen würdest. Du hast ja schon übelst den Nachteil mit der Waffe. Vor allem, weil du auch nicht mal damage machst. Ach, deswegen sollte ich das jetzt schaffen. Stimmt. Du hast schon übelst den Nachteil mit der Waffe. Was macht das doch endlich? Du hast doch schon voll den Nachteil. Was macht das du? Ne, ich wollte es eigentlich nur nochmal sagen. Dass die Waffe nicht so geil ist. Hier ist schon cool, aber... Der ist schon Swag irgendwie, ne? Muss auf jeden Fall damit mal gespielt haben, so irgendwie. Muss man mal gemacht haben. Das ist auf jeden Fall. Was war das denn? Spinnengeräusch. Du hast Glück, du hast die so lange gebraucht. Oh Gott. Hinter dir ist eine. Nein, nein, das war mein Verhäng... Oh, doch nicht. Was war denn der Henkers-Morzell? Mein Verhängnis, wollte ich gerade sagen. Ach so. Wenn die nicht zufrieden sind. So ein Reiten? Nein. Also klar, die Anführerin springt. Die haben so Knistergeräusche manchmal nur so. Ja. Die Anführerin. Die bleibt immer in ihren Loch, da, ne? Ja. Ach, Spinnen, ey. Hallo? Ich hab mal so ein Bild gesehen. Oh leu. Hat sie sich entschieden? Doch, ich greife an. Ich hab mal so ein Bild gesehen von so einer Spinne, die fliegen kann. Die fliegen kann. Der ist einfach so eine Spinne mit Flügel. Gibt so was? Ich hoffe nicht, ja. Ich will nicht. Ich bin für die Flügel, der für die Flügel, der für die Flügel, der für die Flügel in dein Gesicht und sagt dir das dann so aus wie bei Alien. Weißt du welchen Mann? Die Spinnen quasi. Die machen gar nichts. Die beten die nur an. Guck mal, dass ich bewege. Oh, du musst dich jetzt vielleicht abrollen nach links wegen denen. Oh, das war so nah. Du hast es instant abrollen müssen. Ey, hab ich. Hast du doch gehört, wie ich gedrückt hab? Ja. Vielleicht. Vielleicht hättest du auch warten müssen mit Aufstehen. Man kann das in Dark Souls 3 vor allen Dingen. Wenn du auf dem Boden liegst und ganz schnell Rollen drückst, dann stehst du schneller auf. Also dann rollt der halt sich so. Das wird reingeschnitten, okay? Was denn? Siehst du dann, wenn du das anguckst? Was hast du gemacht? Dich verwirrt. Okay. Jetzt ist ja schon die Folge, wird übel die Arbeit. Ich muss immer wieder Sachen reinschneiden. Warum sind da nur zwei? Ich weiß es nicht. Hä? Lol, Galileo Mystery. Hä? Wo sind die hin? Sie sind verschwunden. Richtig. Oh, lol. Äh, du hast die schon so oft gemacht, dass die nicht mehr respawnen. Nur zwei davon. Anscheinend. Muss ja, vielleicht ist es random. Vielleicht bin ich gegen die anderen beiden so oft gestorben. Jetzt ist das erste Mal, dass du die so oft gemacht hast, dass die nicht mehr respawnen. Das habe ich dir doch mal erzählt, dass das irgendwie ab 10, 20 Mal irgendwie so ist. Das sind in jedem Gebiet so? Überall. Alle Gegner. Also auch die spinnen. Du kannst quasi alles killen so oft, dass es nicht mehr respawnen. Also auch die spinnen. Dann gibt es nichts mehr. Ja, beide spinnen auch. Oh, nice. Also noch irgendwie 10 Mal oder so, dann respawnen die nicht mehr. Boah, ja, diese Folge. Ich weiß nicht, ob ich einfach alles drin lasse. Also vielleicht haben wir gar nicht gecuttet. Vielleicht werden das irgendwann einfach... Vielleicht haben wir gar nicht gecuttet. Ja, vielleicht haben wir gar nicht gecuttet. Also ich... Ich weiß nicht, ob es bei jedem random ist oder eine bestimmte Anzahl bei jedem. Das war ziemlich spür. Dankeschön. Ich gebe dir jetzt nicht die andere raus. Gut, dann nicht. Okay, dass du jetzt rausgecuttet. Okay, dass du jetzt rausgecuttet. Das war weird. Ja. Also der nicht irgendwie interessiert. Der ist riesig gar nicht für dich. Dafür ist er jetzt gestorben. Spinner. Ach, ja. So, jetzt machst du sie aber, ne? Klar, easy. Ich mach dir jetzt. Du bist direkt am Anfang angreifend. Das ist doch jetzt so gut. Weil die hast du ja instant noch. Du kannst den quasi immer so ein bisschen triggern. Den in der Mitte. Das ist ja so sein... Das ist kein Ausdauern, ne? Das war gut. Aber auch knapp. Die machen ja im Nachkampf nicht so viel Spaß. Und wenn du... Du kannst die ja sogar blocken. Vor diesen Dingern ist man voll sicher, Alter. Unter diesen Dingern. Oh. Jetzt hab ich die weggemacht. Alter, pass auf. Was? Okay. Das war mutig. Pass auf. Die schießen. Die schießen, die schießen. Ne, die Bänke. Steck dich in die Bänke. Okay, jetzt sind sie alle tot. Ja. Beide? Okay, nice. Das ist gut. Aber du hast keine Ausdauern mehr. Du hast keinen Ausdauern mehr. Oh, ich dachte, du würdest nochmal schlagen. Okay. Jetzt den anderen. Jetzt den anderen. Rechts. Der heilt! Du hast ihn aufgehalten, glaub ich. Du hast keinen Ausdauern mehr? Ich glaub, der andere ist da wieder. Ich weiß es nicht. Nein, der ist nicht da. Er heilt. Nicht. Oh, oh. Oh. Okay. Du hast keinen Ausdauern mehr. Oh Gott. Er heilt. Du hast keinen Ausdauern mehr. Ist der andere wieder da, ne? Äh, ja. Nein. Der ist zu einmal weg? Nein, ist er nicht. Weg. Warum bist du so nah rangegangen? Weil wenn du jetzt irgendwie so ein Nahding machst, schickst du, glaub ich. Okay, jetzt müssen wir noch 101 fighten. Einfach hinter die Mänke, oder? Cool, alles klar. Ja, du hast es quasi geschafft. Es ist nur full life. Guck mal, wie viel Schaden, du der macht. Der hat halt auch nicht so viel Leben. Ausdauer, chill einfach. Der kann eigentlich nur sein Nahkampf-Ding und sein Verkampf-Ding. Yay! Hallo, wenn wir hingekattet haben. Und wenn nicht. Haben wir nicht. Ich. Zehn Minuten? Können wir das nicht antun? Es war so lustig, das können wir auch nicht antun. Es war so lustig. Es war so lustig. Ja, ich erspare mir mal die Arbeit. Ich habe gepopelt. Was so. Das war eigentlich das Lustige an der ganzen Woche. Ja. Mehr war nicht lustig. Ja. Ende. Yay. Nachrichten lesen. Okay, wenn du das unbedingt möchtest. Versuch längst. Nein, ja. Händler voraus. Ach ja, stimmt. Du kannst da hochklettern. Und das habe ich nie gemacht. Aber, ja. Das habe ich nie gemacht. Ja. Wo du den Verlies-Schlüssel nicht hattest. Nein. Oder den Festungsschlüssel. Festungsschlüssel. Nee, aber den NPC habe ich nie getroffen. Ich weiß gar nicht, was der handelt. Der ist irgendwie so ein Priester-Dude. Deshalb wollte ich nichts mit dem zu tun haben. Umhergen herumliegen einfach vor viele Leichen. I don't mind you. Ist das der aus Dark Souls 1? Der in der Kirche steht? Der hat auch so einen Klassenhelm. Ich weiß es nicht, Alter. Skeptiker-Gewürz. Du klaust ihn quasi gerade. Was geht denn Leuchtfeuer? Oha. Was auch immer, dass hast du weggelegt? War nicht wichtig. Schwindeseele. Hallo. Ich glaube, bei denen kannst du auch Verzeihung bitten, wenn du irgendwelche NPCs schlägst oder so. Romwell. Ach, das ist ja nicht klar. Ja, einfach so lange reden, bis er mit dir handeln will. Arm ist kleines Wesen. Ja, Herz. Du hast Gelegenheit. Du kannst die Drobe kaufen. Nein, was willst du damit, Alter? Okay. Ich will die Drobe nicht kaufen. Willst du auch nicht? Der Blutungsresistenz-Ringe und so ein Shit. Erhöht Giftresistenz oder... Ja, braucht man eigentlich nicht, oder? Was für Noobs, ne? Und dann Zauber halt noch. Ja, wunder. Wollen wir uns Zauber kaufen? Nein. Wer braucht Wunder? Naja, halt. Alles seine Stimme. Whenever you are ready. Übrigens, ich bin Atheist. Wir haben doch auf der Seite bist. Ich bin Atheist. Das ist ein Prank, Bro. Ja. Sehr gut. Jetzt kommt das kein Sacker-Beat. Mit Spinnen. Vielleicht ein bisschen. Aber vor allem Leuchtfeuer. Das fand ich gut. Leuchtfeuer mag ich. Leuchtfeuer inzündet. Willst du vielleicht reisen und deine Waffe verbessern? Nein. Was? Warum verbessert du nicht deine Waffe? Weiß ich nicht. Gute Frage. Oh Mann ey. Du bist hingereist. Nach Manchula. Ja. Sah irgendwie nicht so aus. Großschwert. Ein gerades Schwert mit einer sehr langen Klinge. Eines der wenigen Ultra-Großschwerter. Das ist ein Ultra-Großschwert, was du hast. Ultra-Großschwert. Ja. Nein. Nein, du willst keine Sachen kaufen. Du willst deine Waffe verstärken. Ja, das ist es. Ja. Das skaleert mit B. Und gleich, wenn du das noch weiter... Oh, kannst du nicht. Titanitscherben. Kannst du die kaufen? Kann ich die? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind die großen Titanitscherben. Mach mal... Ach nee, warte, bei denen auf keinen Fall. Der verkauft gar nichts davon. Der verkauft nur die normalen da. Doch, das sind die Titanitscherben. Okay. Kauf dir mal zwei. Ja, zwei. Eigentlich brauchst du nur erstmal. Das... Weil... Ja. Vielleicht kannst du es sogar noch weiter verbessern. Du willst nicht kaufen. Kann man ja gucken. Weil dann brauchst du vielleicht die nächsten und davon hast du vielleicht welche. Ja, hast du. Große Titanitscherben. Hast du so einfach sieben von. Okay, mach dich halt okay. Jetzt skaliert das mit A. What? Hä? Plus wie viel hast du das? Das ist jetzt plus acht. Mach jetzt wahrscheinlich einen Schaden. Warte, warte, mach mal. Nein, mach auf deinen... Du musst auf dieses dritte Ding da gehen. Auf den dritten Reiter. Aber das siehst du halt da auch schon. Nein, dritten Reiter B. Du hast gerade deinen... Du siehst ja deinen Schaden auch schon. Aber der dritte Reiter. Ah. Spielerstatus. Da kannst du ihn noch besser sehen. Da hast du nämlich 485 Schaden. Ich glaube, vorher hast du... 100 irgendwas gemacht, oder? Nein. Also, du hast schon mehr gemacht. Aber, warte. Okay. Okay, was soll ich denn machen? Ja. Nee, geh einfach weiter. Mir ist auch egal. Also, du hättest vielleicht... Du hattest ja, glaube ich, sogar noch genug Titanitscherben, aber... Du hattest zu wenig Seelen, glaube ich. Nee, ich hatte keine... Ja, hatte ich auch. Vielleicht hast du auch beides zu wenig gehabt. Aber auf jeden Fall machst du jetzt viel mehr Schaden als vorher. Viel mehr. Junge, da ist das plus sieben, glaube ich, jetzt, oder? Mach mal Start. Und dann geh auf die Waffe. Plus acht. Vor allem, skalierst du jetzt mit A, ne? Das heißt, allein durch Skalieren bekommst du gerade 125 Schaden. Durch Skalieren. Ich glaube, vorher hast du vielleicht die Hälfte gemacht, wenn überhaupt. An Schaden. Ich glaube, du machst jetzt mehr als die Hälfte als vorher. Guck mal, ich würde es aber sogar entdecken. Versuch rollen. Lügen da voraus. Achso, ja, da ist ein Item drin. Yeah. Alter, machst du jetzt so viel mehr Schaden, ne? Ich glaube, jetzt bist du okay. So lange reicht das Game. Ich sehe nicht mal Gegner hier irgendwo. Doch, da. Instant. Erster Gegner ist instant der Spinne. Das Gebiet, kann ich mir vorstellen, dass es keinster ist. Oh, leid. Oh, leid. Nice. Ähm. Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier wieder weg? Ja, was hast du denn gedacht, Alter? War das Point of No Return? Du müsst droppen, ja, klar. Aber da unten ist doch Treibsand. Ein bisschen halt, ne? Simon. Simon. Wie komme ich hier wieder weg? Simon. Wie komme ich hier wieder weg? Warum sagst du nichts? Nein. Würde ich aber auch mal so ein bisschen Führungslos lassen, ne? Jetzt, wo ich eine OP-Waffe habe. Ja, ist ja echt so. Du brauchst keine Öffel mehr. Außerdem, hast du nicht mal daran gedacht, das Ding da zu greifen, oder? Welches Ding zu greifen? Okay. Ach, den... Ja, da war so ein Seil. Ja, ich weiß. Aber dann hätte ich ja zu spinnen müssen. Oh, nein! Ich will wieder hoch! Oh, die haben keine Augen mehr. Ne, das sind ja nicht die Augen. Ja. Das ist recht. Ja. Das sind halt diese ganze Kack-Dinger. Die die halt so verfolgen. Die haben übelst Aim an. Oh, du wohnst, dass sie. Die Dinger, ey. Gibt's irgendwo eine Zeitung? Die verfolgen mich. Was? Die verfolgen mich. Oh, Gott. Vielleicht ist es erstmal einen anderen Weg. Ja, ich soll drüber gehen. Vielleicht plierst du die erstmal alle. Vielleicht plier ich die. Die verfolgen mich halt. Wow. Ja, die ist, habe ich ja gesagt, Aimbot. Festiger Knochenring, die haben wir auch an. Ja. Vielleicht dauert es länger, bis deine Sachen kaputt gehen. Ach, ja. Wow. Aber du bist ja da in der Nähe. Yay. Fast, ne? Der Wondschot, ey. Der Wondschot. Da ist der Erste, ey. Geht runter. Du hast aber noch Räume, ne? Da ging's ja weiter. Auf der anderen Seite. Ah, nein. Was, da meine ich gar nicht, aber gut. Was ist da passiert? Da waren Gepester hinter denen. Die hast du kaputt gemacht. Und dann ist die explodiert. Ähm. Da war auch noch ein Item, ne? Ja, ich weiß, aber da kommen die ganze Zeit Dinger. Oh Gott. Viele Spinnen. Nein, 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 nein. Du bist ja immer, du bist quasi eingekleert. Und dann meintest du, alles klar, jetzt geh ich runter. Wunderhin sehen. Ist der, äh, der respawnt, oder? Der, alles respawnt dann natürlich. Was hast du denn kaputt gemacht, was hart war? Einen Typen, der Zauber schießt. Der hast du gewonschotet. Der war schon ziemlich hart. Aber ich komm gar nicht an alle ran. Erstmal hättest du da auch auf die andere Seite zurückgegangen. Ja, ich weiß, das, 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 das höre ich ein. Wichtige Items. Den Fehler. Da, da ist hier quasi ein Raum richtig, da bist du richtig safe drin. Einfach nicht mal markieren. Lauf in dem Leben. Ja, ey, guck mal, ein bisschen Raum. Das ist safe. Ich dachte, da ist ein Leuchtfeuer. Das wäre cool gewesen, aber das wäre ein bisschen schnell. Das wäre voll schnell. Der geheime Geheimraum. Da ist das ein Leuchtfeuer. Dahinter ist es der Typ, oder? Also da oben ging es, glaube ich, da oben war, glaube ich, auch noch ein Item. Oder das ist eine neue Gegnerart. Was ist das? Das ist eine Spinne, die sich an Leichnam gekrabbelt hat. Ich weiß, hier ist eine Fliege. Äh, und dann sind Abfuck-Sachen passiert. Gehen wir noch mal, dropp da nicht, bitte einmal nicht random irgendwo unterdroppen. Okay. Äh, du kannst noch mal zurückgehen, da sind noch mal Sachen. Jetzt bin ich hier irgendwie auf einer anderen Seite, ne? Äh, hier ging es noch weiter. Ja, da sind auch noch Fackel, zum Beispiel. Da geht es nicht weiter. Da geht es theoretisch weiter hoch. Ja, aber hinter die, hinter die Wand wegschippt. Ah, ja, war doch, das war richtig, doch. Da war, glaube ich, noch was. Äh, ich bin, fliegen. Ich hieß, du fliegen, ne? Ja, äh, da, zum Beispiel. Ist doch was. Das ist alles halt ignoriert. Ja, was denn mit der Fliege? Eine dreiste Fliege ist hier im Zimmer. Ja, da ist ein Geingang. Da war eine Spinne. Ja, ein Geingang. Krass, ne? Warum haben wir so einen Schwerenschlag gemacht? Weil ich mehr reingangt. Du one shot sie mit allem. Kann ich da durch? Zwerg wird benötigt. Ha, ist sehr lustig. Ne, äh, kannst du nicht. Ähm, aber da ist vielleicht ein Item. Ne, hier ist kein Item. Ne, es war ein Troll. Es war ein Prank, glaube ich. Ne, das war eine Spinne. Es war ein Prank, glaube ich. Ne, ich glaube, mehr ist da auch nicht so wirklich. Ach, du bist da auf der anderen Seite, ne? Ja, da kannst du auch noch Sachen machen. Du kannst ja nochmal runter in Diana Jones mäßig gehen. Du kannst ja in der Köln. Wenn du da in Diana Jones mäßig runtergehst. Ha, 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 ha. Oh, lol. Ne, du musst halt, du musst halt time. Achso, du musst dich halten. Du musst es ganz safe angehen. Ich sehe schon, ich sehe schon. Wir sind halt jetzt und jetzt, dann ganz schön dahin. Ich muss noch nicht. Die gehen gerade noch gegen, ja. Ja, und dann jetzt. Und nachdem er gecastet hat, ganz schnell dahin. Was machst du denn? Du, da ist ein Seil, ne? Das, meine ich. Da kann sie sich da greifen und dann ganz schnell. Bitte. Und vorbei. Cool, ne? Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Die Spinne oder der Typ? Die Spinne habe ich nicht ignoriert. Das ist mir auch dran, aber... Die hat was gedroppt. Oh, nice dodge. Die hat was gedroppt. Ich glaube, ich bin okay. Und wieder weg. Und wieder weg. Alter! Die freuen mich, ne? Die können auch in Räume gehen. Die können auch in Räume gehen. Wenn die Unlucky ankommen. Nein! Ich fieche, ne? Das ist ein schwerer Schlag. Ja, jetzt nehmen wir noch mal das Item, aber dann chillen wir mal ein bisschen, denn die Folge sollte vorbei sein. Oh! Oh! Aber nicht so hart chillen. Ein bisschen kannst du noch. Du bist ganz, 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 ganz. Da warte. Ja. Ja. Okay, das ist mit gestorben. Oh, lol. Leichtfeuer. Oh, das habe ich voll vercheckt, dass da das Leichtfeuer ist. Ja, guck mal, das ist doch gut. So gut, ich muss machen. Was ist ein Leichtfeuer? Ach ja, stimmt. Hm, hab ich voll vercheckt, ey. Ja, sehr gut. Wusste ich natürlich, habe ich dich hingelotst. Aber natürlich ohne seines Wissens. Habe ich dich hingeleitet. Ja, sind wir beim Leichtfeuer, das ist doch gut. Äh, ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen was geschafft. Äh, ich glaube, es ist schon mal lieber deine Vorbereitung. Moment, ich will nur gucken, dass hier, ist das ein Schockdruck? Nein, das ist kein Schockdruck. Aber du bist jetzt quasi unten. Ähm, ja, äh. Diese Folge wird wahrscheinlich nicht gecuttet sein. Naja, wenn du jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, aufhören, dann kannst du es auch gar nicht cutten. Ich bin zu formen. Weil dann hattest du nur 15 Minuten. Ich bin zu formen dafür, dass du cutten. Ja, okay. Ähm. Außerdem hat er sich in der Nase geprobert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.